Ich war bei Johannes Lukas auf dem Channel und ich habe ihn in der Griffkraft-Challenge komplett abgelost. Nein! Wenn wir heute eine Griffkraft-Challenge machen, mit Gewichtsweste werden wir uns an die Ringe hängen. Johannes, ich bereite mich hier aufs nächste Battle vor. Alright, okay, ich bin ready. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Oh, Junge, Alter, das ist ja richtig... Meine Hände sind so sweaty, Alter, scheiße, 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 das ist mit Gewichtsweste, das ist so viel schwerer, boah, fuck, du drehst dich dann so weg. Und eins, zwei, drei, go.